hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play happy wheels mit mir dem sebastian vom kanal pure latte p ich hoffe ihr erinnert euch wir hatten mal vor ein bis zwei jahren eine richtig geile zeit hier mit happy wheels und ihr habt sicherlich schon das neue info video gesehen wo ich euch informiere über diverse comeback aktion von mir persönlich und ja das habe ich gedacht ich starte es mal wieder mit einer kleinen runde happy wheels so für den einstieg weil die resonanzen waren immer ziemlich gut und ja habe ich gedacht fändet ihr auch ganz geil jetzt versuche ich hier mal was rauszuhauen aber irgendwie funktioniert es nicht so ist es also jetzt gucken cool ich kann auch leicht den charakter nehmen happy wheels ideas ich weiß es nicht ganz genau ich könnte warte mal kurz zurück options ich weiß gar nicht ich lasse es einfach mal so jetzt kommen wir hier mal das länder movie spielen oder nee warte mal ich glaube ich bin lieber happy wheels ideas hat sich besser an mit ihr responsiv auch gott wie die steuerung noch mal ok so fahre ich so habe ich handbremse also löse ich mein kind ok alles klar dann geht's los versteht da for future development kann das ist nicht so geil aussprechen so weil wir hier ist auch nicht in englisch a more social community this may mean adding a comments session a section for a following system that allows you to subscribe to your favorite level markers profile das brauchen wir alles nicht ich fahr jetzt einfach erst mal report level so los geht's die wollen echt dass ich alles lese aber eigentlich bin ich hier zu fahren aber da soll nicht so rumheulen der alte es war echt echt ein richtig krasses level ich will jetzt pogo jump spielen ich liebe pogo jump 0% impossible okay alles klar oha ach du scheiße oh gott schaffe ich es bitte nein alter jetzt hätte ich es beinahe schon geschafft okay ich schaffe das lol das geht ja durch die wand wie asozial ist das denn komm schon ich lasse mich doch nicht von so einer scheiße hier aufhalten die cheaten doch ach du scheiße warte mal ernsthaft ernsthaft ich bin jetzt extra extra drüber gesprochen obwohl man wo man ernsthaft durch die wand konnte da haben sie mich richtig hart verarscht pogo ball voll okay das können wir ja auch schon okay alles klar wir spielen heute eine runde fußball gut joachim löst noch weiter das 2016 was haltet ihr davon wird mich mal gern interessieren also ich finde es gut weil der trader ist echt gut und Hansi fliegt keine ahnung der wird es dann vielleicht übernehmen von denen kenne ich jetzt nicht so krass ich würde mal gerne wissen was ihr davon haltet und ich schaffte ich ja gerade nicht super sei ja jinn ja und was gibt es noch was steht doch in den nachrichten eigentlich will ich ja nicht über nachrichten quatschen aber das gleiche schon wieder egal ähm lol aber mich mir ist es heute morgen in der zeitung aufgefallen habe ich gedacht könnte man mal drüber reden weil ach ja genau da war noch was mit dem dfb logo was auf den trikots ist mit dem adler real die supermarktkette möchte unbedingt dass das das verboten wird ich habe echt ehrlich gesagt keine ahnung wieso weil nicht wiederholen weil die haben doch damit fast gar nichts zu tun oder irre ich mich da jetzt ich weiß es nicht ist mir aber auch relativ egal lol was ist denn das alter ich will mal gescheite level haben so zombie invasion run da ist schon der erste zombie oh das haben sie an eis gemacht alter wieso komme ich denn da nicht hoch da kann ich halt durch da kann ich halt durchgehen wieso spiel ich noch heute nur scheiß level rope swing ninja so das will ich doch mal sehen hier press z mit ah ok mit z kann man da auch ich habe das ja schon ewig gespielt lol ja toll und jetzt geil nochmal hey so festhalten toll nein nochmal festhalten festhalten nein nicht auf z drücken auf r jetzt z drücken so ach du scheiße das gibt es ja nicht alter bin ich jetzt zu inkompetent für die scheiße oder was los drückt z z alter alter ich lasse es mal für z gedrückt hey ich blick's nicht fest halten der hält sich nicht fest der hält sich einfach nicht fest wieso klappt es nicht mehr also es gibt es nicht oh ich habe es mal wieder geschafft richtig awesome komm schon jetzt schammt da runter und halt dich schön fest gut der hält sich auch fest nein scheiße habe ich zu früh losgelassen nochmal so komm schon komm schon alter ich ticke gleich aus ja man hoffentlich bringt er sich nicht um nächstes mal so jetzt halte ich mich fest ich halte mich fest das kann nicht wahr sein ich denke immer der schwingt megabyte aber dann doch nicht boah bis ich da wieder was hab bis er sich wieder festhält das dauert immer ewigkeiten oh ich hab ich hab's geschafft erst mal sein bein brechen auf jeden fall so ich halte mich fest das kann ich nicht wahr sein ich spiele jetzt ein anderes level ähm sword throw x irgendwas ok den ersten haben wir komm schon benutzt mal deine muckis oha drei auf einmal den hätten wir auch den auch so nein fast oh der geht down oder ja man alter die werden verschnetzelt ich hab mich selbst umgebracht geil boss battle kann ich leider nicht mehr machen nochmal so den jungen hätten wir auch boah alter ist das asozial den hätten wir auch den auch oh lol ach mehr muss ich gar nicht machen ne alles klar alter so und jetzt darf ich boss battle machen alter ernsthaft ernsthaft nochmal so Luke stirb piet oha gleich drauf einmal die lassen mich jetzt schon durch warum es kommt schon gibt gas nicht wieder selbst umbringen ah ich lebe sogar noch jetzt nicht mehr scheiße äh nochmal so schwer ist es ja nicht komm schon ich will so viel umbringen wie möglich lol alter wie das lol das ding hat das schwert voll in meine fresse geschleudert alter wie es mich hier dass man selbst umbringt jetzt komm schon alter pass auf gleich kriege ich wieder eins ab doch nicht zack 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 triple kill boah ich habe alle umgebracht alter das ist krass und ich habe es endlich geschafft gz von der seite aus nächstes spiel pixel hobo test what the fuck ist das hä press base to start ernsthaft ach so lauf ich ok ernsthaft was eine scheiße ist das leute bin ich runter gefallen ich schwörs leute ich schwörs euch wenn ich ganz runter fall dann höre ich auf damit oh geschafft lol kein bock mehr jetzt haben wir doch nicht alle münzen auf so swat throw kill lists zuerst den schwarzen warum immer auf die schwarzen ich verstehe es nicht so jetzt den über mir ok nicht geschafft achso muss gar nicht der reihenfolge nach sein ok warum lecken das so moment mal kurz warum habe ich so wenig frames glaube ich jetzt nicht ok ich stelle es mal runter die ich habe den ultra perfekten pc und es klappt trotzdem nicht wo war ich denn jetzt swat throw hier war ich gut jetzt habe ich ein bisschen mehr fps ok jetzt läuft es noch ein bisschen flüssiger oh schon gewonnen nice one gut nächstes level ich hoffe das davor lag jetzt nicht allzu krass was vielleicht neu falls es so ist dann werde ich die folge nicht hochladen leider aber wenn ich wenn es jetzt nicht leckt wenn die aufnahme gut ist dann passt es schon 99,9 irgendwas impossible okay alles klar alter alter was ist das für ein krasses level ja war ja sehr schwer äh äh segway ball ok au hä hä ach so hä ich verstehe es nicht it's simple don't let the ball touch the ground on your side ach so like volleyball ok alles klar hat er schon verloren wie soll ich denn das schaffen ach so ah das ist ja geil ok ich glaube ich habe alter der typ geht ja mal mega ab scheiße 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 go boah jetzt habe ich gewonnen alter der typ der ist ein cheater ja man ja alter scheiße komm schon jetzt man man oh oh gott ah nein 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 ok ich krieg den ball hoch fuck ok das muss ich mir nochmal machen das muss ich nochmal machen hier boah der typ der ist ja nice one boom ok geschafft ähm ja wenn ich auf die zeit guck 16 minuten haben wir jetzt muss ich leider sagen die folge ist schon wieder vorbei ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr sowas noch sehen wollt lasst einen daumen hoch oben daumen hoch oben auf jeden fall ähm oder schreibt in die kommentare wenn ich etwas anderes machen soll oder Verbesserungsvorschläge ich bin gern bereit dafür irgendwas zu ändern weil es soll euch ja gefallen nicht mir ok mir soll es auch gefallen aber ich mache es ja für euch und für mich ok das ist jetzt unlogisch egal äh wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video ich bedanke mich dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten mal tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö